Pakistan hat wegen starker Regenfälle und Überschwemmungen den Notstand ausgerufen und um internationale Hilfe gebeten. Besonders betroffen ist der Westen des Landes. Dort sind komplette Landstriche überflutet. Fast 1000 Menschen sind in den Wassermassen bislang ums Leben gekommen. 33 Millionen Pakistani haben keine feste Bleibe mehr. Da auch die Felder überflutet sind, haben viele Einwohner im Katastrophengebiet ihre Lebensgrundlage verloren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017